Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Samstagmorgen reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 20.500 US-Dollar. Wir haben unseren Dip in das Golden Pocket reinbekommen. Herzlichen Glückwunsch, wer diesen Trade möglicherweise auch mitgenommen hat. Ich habe es gestern ja nochmal in die Telegram-Gruppe reingepostet. Läuft auch momentan ganz gut. Also Stop-Loss, habe ich ja gesagt, über das 0786er. Das ziehen wir jetzt auf jeden Fall runter. Stop-Loss-Entry, das können wir jetzt vergessen. Also ich würde jetzt nicht nochmal, sollten wir da oben reinkommen, nochmal einen neuen Trade aufmachen. Also vergesst den mal ganz schnell. Bisher hatten wir, sage ich mal, eine kleine Korrektur von 3%. Also auch mit einem Dreierhebel sind es fast 10%, die man hier hätte mitnehmen können. Ansonsten werden wir uns auf jeden Fall jetzt ganz genau anschauen, wo sind die nächsten Preislevel, wo sind die nächsten Unterstützungszonen, wo sind möglicherweise die nächsten Take-Profits. Wir werden uns ein paar Altcoins angucken, die wir auch schon über die Woche immer angeguckt haben. Ob jetzt auch hier das Golden Pocket erreicht wurde, ob wir auch hier die Gegenreaktion bekommen haben. Und schauen wir uns alles an im heutigen Video. Bevor wir starten, lasst den Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall die Glocke aktivieren. So, wie gesagt, wir sind, gestern haben wir unsere Reaktion im Golden Pocket bekommen. Eigentlich fast genau auf den Dollar, genau. Wir sind minimal ins Golden Pocket reingekommen. Das ist der Grund, warum ich immer sage, minimal davor, immer vor dem Golden Pocket, vielleicht schon mal die Order auslösen. Stop-Loss trotzdem über 0,786er, hat auf jeden Fall perfekt gepasst. Wie gesagt, 3% Korrektur seitdem, also auch mit einem kleinen Hebel kann man hier ordentlich Profite machen. Wir befinden uns momentan knapp an den 1-Stunden-EMA-Ribbons. Die nächste Unterstützungszone würde dann hier in diesem Bereich, das wäre auch dann der Take-Profit 2 beim 200er-EMA auf dem 1-Stunden-Chart liegen. Genau hier, beziehungsweise minimal davor, liegt der Take-Profit 2, weil dann kommt die erste größere Unterstützungszone und der zweite Batzen, der dann auf jeden Fall kommt von dem kleineren Time-Frames, wäre dann hier unten die 19.800 US-Dollar plus unser ehemaliger Abtrend, beziehungsweise unser weiterhin intakter Abtrend, wo wir kurz da drunter waren, den habe ich weiterhin eingezeichnet. Das heißt, Take-Profit 3 wäre auf jeden Fall in der Region von 19.900 US-Dollar kurz vor diesem Abtrend, kurz vor unserer grünen Kaufzone oder sage ich mal Support-Zone. Dann sollte der Trade auch ordentlich ins Plus gelaufen sein, sollten wir überhaupt so weit runterkommen. Das wäre dann insgesamt ein Move von ungefähr 6%, also auch mit einem Dreierhebel knapp 20% hier, die man auf jeden Fall mitnehmen kann. Größer gehe ich momentan sowieso nicht rein, größer als 3-5er Hebel, Maximum momentan in der Phase. Ansonsten wenig Änderung, sage ich jetzt mal. Also von den Volumen-Candles her, wir müssen uns diesen Wick hier auf jeden Fall nicht mehr holen. Guckt euch das Volumen auf den 1-Stunden-Chart an, da ist kein signifikantes Volumen, wir können auch mal in den 4-Stunden-Chart gucken. Auch hier wenig, wenig Volumen. Das heißt für mich, wir müssen uns auf jeden Fall diesen Wick jetzt hier nicht mehr holen. Deswegen für mich weiterhin eher die Chance, dass wir hier unten diesen Wick bei 18.600 US-Dollar holen. Ihr seht es hier, wir hatten diesen Anstieg von, wir gehen jetzt mal von ganz, ganz unten runter, bis hoch von 12% ohne signifikantes Kaufvolumen. Also hier ist kein Kaufvolumen reingekommen. Der Markt orientiert sich wieder eigentlich deutlich nach unten, aufgrund des Volumens. RSI hätte eigentlich noch ein bisschen Luft. Aber trotzdem, der Markt geht dahin, wo die meiste Liquidität ist. Golden Pocket ist eigentlich normalerweise so ein Turnaround-Point. Wer öfters auf dem Kanal zuschaut, weiß, FIP-Level arbeite ich sehr gerne mit. Einfach aufgrund, weil hier immer die Turnarounds kommen. Hier kann man gute Long- oder auch mögliche Short-Positionen dann eröffnen. Je nachdem. Aber für mich sieht es eher weiterhin danach aus, dass wir jetzt, nachdem wir das Golden Pocket erreicht haben, entweder wirklich nochmal diesen Move Anfang der Woche wirklich in Richtung 22k holen. Was ich momentan ehrlich gesagt nicht so glaube. Ich glaube eher, wir holen uns die Liquidität bei 18.600 US-Dollar beziehungsweise in unsere grüne Box bei 18.500 US-Dollar. Und von hier aus müssten wir dann einfach einen normalen Abtrend starten, der mit höherem Volumen einhergeht. Und dann können wir auch dieses Golden Pocket viel, viel leichter durchbrechen. Weil mit so einem Volumen das Golden Pocket nachhaltig zu durchbrechen, geht einfach nicht. Beziehungsweise ist einfach kein guter Start, sage ich mal, wenn wir jetzt mit weitersinkendem Volumen hier nach oben ballern würden. Immer so weiter, immer so weiter bis zu den 22k. Dann würden wir wahrscheinlich einen deutlichen Abverkauf dann hier oben erleben, der wahrscheinlich locker bis hier runter geht. Und das wollen wir nicht. Lieber gehen wir gleich dahin, wo die Liquidität ist. Wir killen die Longs von unten. Lösen den Stop-Loss aus von den Positionen, weil die haben safe ihren Stop-Loss auf Endspiel mittlerweile. Und dann können wir einfach ganz normal human nach oben hin starten, mit einem schönen Abtrend. Sollte das Volumen natürlich passen. Ansonsten wird hier einfach diese Range, die wir jetzt schon seit im Endeffekt seit, was haben wir hier, Juni, die ganze Zeit bilden, immer weiter fortgeführt, bis es sich dann irgendwann nach oben oder nach unten hin entscheidet. Irgendwann werden wir diese richtungsweisende Entscheidung sehen, aber es kann natürlich auch sein, wir haben ja schon über das Fractal gesprochen, vor einigen Tagen. Beziehungsweise müsste es eigentlich noch hier unten sein, bilde ich mir ein. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Ja, da unten ist es. Haben wir theoretisch, haben wir ja im Livestream, glaube ich, drüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass ich es im Video angesprochen habe. Wir haben theoretisch bis September Zeit mit diesem Fractal. Also das heißt, wir können noch eine ewig lange Konsolidierungsphase erleben. Ansonsten ist es einfach nur Range Trading, wo wir versuchen immer nach oben oder nach unten hin, Shorts oder Longs hin zu eröffnen. Aber so ein richtiges Breakout sehe ich momentan noch nicht. Dafür müssen wir einfach, wie wir schon immer gesagt haben, die 23.000 US-Dollar durchbrechen und dann haben wir auch Luft bis zu den 27.000 US-Dollar. Also das Preisziel bleibt auf jeden Fall bestehen, soll aber nicht heißen, dass wir dann absolut wieder im Bullrun sind. Das ist einfach nur, um die Ineffizienz hier oben zu lösen und dann müssen wir einfach neu beurteilen, wie geht es weiter. Aber es ist jetzt nicht dieses Zeichen, dass ich jetzt sage, okay, wir gehen jetzt gleich Richtung Moon, sobald wir die 27k erreichen, sondern es ist einfach nur ein normales Preisziel, was kurz-mittelfristig auf jeden Fall erreicht werden könnte. So, schauen wir uns Ethereum an. Hier hatten wir eine deutlichere Outperformance als bei Bitcoin. Das haben wir ja gestern schon angesprochen, dass wir da schon 0,786 waren. Da war Bitcoin noch nicht mal beim Golden Pocket. Also hier war für mich keine mögliche Short-Position drin. Dieser Verlauf bleibt weiterhin drin und bleibt auch weiterhin für mich intakt. Wir werden wahrscheinlich auch hier nochmal die 1.000 US-Dollar sehen, deswegen lasse ich das erstmal drin. Ansonsten, wir haben ein höheres hochgebildet. Eigentlich ein gutes Zeichen, wurden dann aber sofort hier wieder abverkauft. Wir können jetzt mal hier in die kleineren Timeframes gucken. Ein-Stunden-Chart. Aber auch hier, ihr seht den Wig mit sehr, sehr wenig Volumen. Also wir haben uns im Endeffekt hier, mit dieser kleinen Mini-Candle, hatten wir Wärmvolumen als bei diesem Peak hier drin. Sind aber auch trotzdem noch in unserer Widerstandszone. Also, so richtig gut sieht das auch nicht aus, aber ihr seht, gleiches Spiel wie bei BTC. Wir sind hier im Endeffekt in einer riesigen Seitwärts-Range. Wir könnten jetzt hier wieder runtergehen, bevor wir dann hier irgendwann mal wirklich einen Breakout nach oben hin starten könnten. Also, Seitwärts auf jeden Fall. Mögliche Short-Positionen gehe ich hier auf jeden Fall nicht ein. Dafür waren die Zeichen einfach zu unklar. So, schauen wir uns XRP an. Auch hier ein deutlicher, deutlicher Pump nochmal gesehen. Also, es war auf jeden Fall nochmal krass. Wir haben hier drüber gesprochen, dass wir nochmal dieses Hoch hier abholen sollten eigentlich, was dann im Endeffekt nicht der Fall war. Also, da haben wir leider keinen Trade, oder ich zumindest keinen Trade eröffnet, weil mir das Risiko einfach zu hoch war. Ich habe gehofft, wir holen uns aufgrund dieser Volumen-Candle wirklich nochmal dieses Hoch. Hoch ist leider nicht so gekommen. Spricht jetzt aber auch noch dafür, dass hier oben mehr und mehr Liquidität liegt. Heißt, XRP kann hier auf jeden Fall nochmal hoch, bevor wir dann diesen Downtrend auf jeden Fall nochmal bilden. Würde ich nicht ausschließen. Einfach aufgrund des Volumens, was hier in dieser Candle drin war. Aber auch hier keine Short-Position bisher offen. Ich beobachte jetzt erst einmal den Kursverlauf und hoffe, dass wir uns dann hier nochmal dieses Hoch abholen. Dann der RSI relativ hoch ist. Also, ich gucke hier meistens auf den 15-Minuten- oder 1-Stunden-Chart. Und sobald es dann wirklich so ist, hätten wir auch ein schönes Doppeltop. Wir hätten die Volumen-Candle abgefischt und dann könnten wir eine Short-Position eröffnen. So, dann zu den ganzen Altcoins, über die wir schon die ganze Woche darüber gesprochen haben. Algorand. Weiß ich nicht, ob irgendjemand mitgenommen hat. Das ist gut. Also solche Dinger müsst ihr nicht immer ernst nehmen. Das war ja so das Worst-Case-Szenario mit einem Stop-Loss über dem Pivot. Wir haben uns diese Hochs geholt. Sieht man hier ganz gut. Auf den 1-Stunden-Chart, ihr seht diese Volumen-Candle. Ihr seht diese krassen Volumen-Candles hier drüben. Wir hatten einen kleinen Wig da drüber, übers Golden Pocket. Haben uns dieses Volumen im Endeffekt geholt, was da ihre Shorts eröffnet wurde, mit viel, viel weniger Volumen, was sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt könnten wir auch hier den Turnaround kriegen und zumindest bis in den Bereich der 0,31,30 kriegen. So, Stop-Loss. Ich habe meinen Trade hier kurz vor dem Golden Pocket eröffnet. Wisst ihr ja, Stop-Loss ist Entry. Ist zwar jetzt erst minimaler Gewinn, sage ich jetzt mal, also es sind gerade mal 1,5%. Trotzdem, das Risiko ist mir einfach hier zu hoch, jetzt hier die Position ewig noch offen zu lassen. Wir haben das Golden Pocket erreicht, wir haben das hoch erreicht. Das waren die zwei Punkte, wo ich gesagt habe, die sind extrem, extrem wichtig. Dann kann die Short-Position eröffnet werden. Deswegen warte ich jetzt momentan einfach mal, dass wir hier den Turnaround zumindest nach unten hinkriegen, bis in den Bereich der 0,31,27. So, dann die nächsten Trade. Was war denn noch? Avalanche. Gleiches Spiel, glaube ich. Wobei, nee, den haben wir gar nicht angesprochen. Da ist auch noch ein altes FIP-Level. Können wir uns aber auch mal ganz kurz angucken, ob es hier irgendwelche signifikanten Level gab. Wir sind bis ins 0,786 gekommen. Wir haben minimal, nee, wir haben kein höheres Hochgebild auf jeden Fall. Wir haben uns die Wix hier drüben geholt. Aber hier kein wirkliches Setup war hier auch nicht wirklich möglich. Vier Stunden die Mahnzone. Wir machen mal die grüne Box weg, weil das ist die grüne Kaufzone. Nächster Support wäre hier in dem Bereich der 18,66. Das wäre so der nächste Support, wo ich mir möglicherweise nochmal eine Trendwende nach oben hin vorstellen könnte. Sollte die nicht kommen und wir fallen hier einfach durch, dann geht es auf jeden Fall hier in den Bereich der 18 Dollar. Punkt. Genau, würde ich jetzt sagen. So. Ansonsten, das waren so ziemlich die Trades, die wir eröffnet haben. Wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, tut es mir leid. Wobei, wartet, Uniswap war, glaube ich, noch einer, wo wir drüber gesprochen haben. Genau wegen dem Monthly R1 oder Weekly R1 Pivot. Auch hier Möglichkeit, genau am erneuten Widerstand, sage ich mal, zu shorten. Den habe ich noch offen. Aber Stop-Loss auch Entry und der ist bei 7,12, glaube ich, oder so irgendwie sowas in diesem Bereich. Also minimal drüber wurde der eröffnet. Profite schon 25% rausgenommen. Stop-Loss Entry. Also der wird sehr wahrscheinlich sogar noch ausgestoppt. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir uns doch noch mal eins von diesen zwei Wigs holen und dann möglicherweise noch mal eine neue Short-Position eröffnen, die dann runter zu diesem Abtrend auf jeden Fall erfolgt. So, genug Gequatsch für mögliche Trades, für mögliche Take-Profits auf jeden Fall. Glückwunsch auf jeden Fall an alle, die es mitgenommen haben. Wir gucken uns jetzt auf jeden Fall noch ganz kurz die News an. SEC-Kryptounternehmen müssen stärker reguliert werden. Immer die gleiche Leier. Immer die gleiche Leier. Dann reguliert es und macht irgendwas. Aber macht irgendwas. Ja, wenn euch der Artikel interessiert, gerne bei CryptoGuru vorbeischauen oder in die Telegram-Gruppe bei mir. Da werde ich euch die News später auf jeden Fall noch posten. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh dann zu einem neuen Update-Video wieder. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis morgen früh. Stay Crypto. Ciao, ciao.